Herzlich Willkommen bei TopLive, dem Magazin zum Leben. Ich habe heute den Ewald wieder zu Gast. Er ist für viele kein Unbekannter mehr. Hallo. Hallo Matthias. Schön da zu sein. Hallo liebe Hörer an den Empfängern. War schon ein Zeitchen, dass du wieder da warst. Wir haben heute das Thema Jesus von Nazareth. Er war schon immer da. Warum überhaupt Jesus? Ich glaube, wir sollten unsere Augen wieder mehr auf ihn zuwenden. Wie es in einem bekannten englischen Gospelsong heißt, Turn your eyes upon Jesus. Wie wollen wir uns dieser Thematik heute nähern? Vielleicht Aspekte aus der Person Jesu Christi anschauen, die uns nicht so bekannt sind. Jesus als der Schöpfer. Darüber wird viel diskutiert oder auch nicht. Jesus und seine Aufgabe in der Geschichte. Und als dritten Punkt wollen wir heute noch über den Messias nachdenken. Welche Voraussetzungen werden beschrieben auf der Grundlage der Bibel? Das klingt jetzt gerade interessant. Jesus als Schöpfer wird vielleicht für viele jetzt etwas ungewohnt sein zu hören. Möchtest du vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen? Ja, wir können einen Teil der Sendung für diesen Gedanken verwenden. Vielleicht war der eine oder der andere im Austrasen, der in Wien oder in irgendeinem Bundesland und hat diesen Schöpfungsfilm gesehen. Nur die Erde war Zeuge. Und es ist einfach faszinierend zu erleben, wie vielfältig die Natur ist. Und das alles auf einen kleinen Augenblick zurückzuschrauben, wo alles explodiert ist, ohne Zugreifen und Eingreifen eines höheren, intelligenten Wesens, ist eigentlich schwer zu glauben. Habe ich jetzt gesagt Glauben? Du hast Glauben gesagt, ja. Ist das nicht die Grundlage in meiner Beziehung zu Christus? Ich würde sagen, Gläubige aller Fakultäten, vereinigt euch. Wenn wir das Johannesevangelium anschauen, dann finden wir in den ersten Versen einen ganz wichtigen Gedanken. Im Anfang war das Wort, und ich habe hier die Elberfelder Bibel, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Ein eindeutiger Hinweis auf die Schöpfung. Schon die ersten Worte dieses berühmten Dialogs, das ja auch Goethe in Faust aufgegriffen hat. Dr. Faust, das beginnt am Anfang die Bibel zu übersetzen mit diesen Werten. Wir zeigen uns die Parallelität zu den ersten Versen der Bibel. Im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Ein Hinweis auf das Schöpfungsgeschehen. Und dann hier noch einmal, alles wurde durch dasselbe, durch das Wort geschaffen. Und ohne dasselbe ist nichts, was da ist. Wer ist dieses Wort? Und dabei fügt Johannes noch einen interessanten weiteren Gedanken in Vers 4 hinzu. Denn das war das wahre Licht, das auf die Erde gekommen ist, jeden Menschen zu erleuchten. Ich nehme an, du nimmst da jetzt, du meinst damit, dass der Schöpfer Mensch wird, vermutlich. Dass der Schöpfer, das Logos, das Wort Mensch geworden ist. Und hier dieses Bild des Lichtes, das ist die zweite faszinierende Größe. Das Wort Logos ist die erste. Auch das war unter den griechischen Philosophen als das Lebensprinzip immer wieder gehandelt worden. Und hier kommt das Licht. Und da habe ich ja durch meine technische Ausbildung ein bisschen einen Einblick bekommen. Das Mysterium, das Geheimnis des Lichtes, das eigentlich unerklärbar ist. Die Wellentheorie, unter anderem vertreten von Sir Isaac Newton und dann später die Quantentheorie, Max Planck. Und trotzdem lösen sie das Phänomen Licht nicht wirklich aus. Wenn heute jemand Licht erklären könnte, der nächste Novellpreis in Physik wäre ihm sicher. Da bin ich überzeugt davon. Und jetzt wird dafür ein Vergleich gezogen mit dem Logos. Er ist das Licht dieser Welt. Er kommt in diese Welt, um Wissen, Erkenntnis zu bringen. Aber nicht nur Erkenntnis im Sinne von Wissen, von Kopfwissen, sondern in ihm war Leben. Dieses Wissen soll uns befähigen zu einem Leben. Zu einem Leben im Sinne des Logos, im Sinne des Schöpfers. Du hast gerade über die Erleuchtung gesprochen. Was kann man sich da eigentlich jetzt in der Praxis greifbar, wird wahrscheinlich für viele jetzt nicht viel bedeuten. Genauso wie du gesagt hast, das Licht ist schwer greifbar. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir bewegen uns jetzt in einem sehr geheimnisvollen Bereich. Und ich möchte jetzt nicht abrutschen in den Mystizismus. Das liegt mir fern. Ich glaube, die Bibel ist ein sehr konkretes Buch. Und doch sind hier Bilder verwendet, die uns das zu verstehen helfen. Was ist das Ziel? Warum wird Gott Mensch? Warum wird der Schöpfer hineingestellt in unsere Gegenwart? Weil Gott möchte, dass wir wieder seine Kinder werden. Und das führt auch Johannes in diesem sehr bekannten Prolog, dieses erste Kapitel bis zum Vers 18 auch aus, als er dann vom Vers 10 schreibt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn noch einmal Bestätigung seiner Schöpfermacht und die Welt kannte ihn nicht. Und das ist eigentlich sehr traurig, dass der, der der Ursprung ist, nicht erkannt wird. Und dann heißt es weiter, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, dann sehen wir auch, wie das Volk Gottes oder das, was davon übergeblieben ist, mit Jesus gemacht haben. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Und Johannes fährt dann fort, soviel ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kind Gottes zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörer, schon einmal drüber nachgedacht haben, was das bedeutet. Kind Gottes sein. Wir alle haben biologische Eltern mit mehr oder weniger Begeisterung, mit guten oder weniger guten Erinnerungen. Aber Kind Gottes zu sein, als ich das begonnen habe zu erfassen, war das eine ganz andere Dimension. Ich darf stolz auf meinen Vater sein. Er ist mir nahe. Er möchte mein Leben bewegen. Und dann kommt noch dieser Gedanke, die an seinen Namen glauben. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, immer wieder den Namen Jesu zu verwenden. Sondern, wenn wir hier ein bisschen vom hebräischen Denken das betrachten, dann war der Name gleichbedeutend mit Charakter. Das heißt, die ihn als den von Gott Gesandten erkannt haben, daran geglaubt haben und dadurch auch einen entsprechenden Charakter entwickelt haben. Eine meiner Lieblingsautorinnen, Ellen Gould-Weidt, hat in einem Buch, das da heißt, vom Schatten zum Licht, so auf Seite 421, denke ich, geschrieben, durch Betrachten werden wir verändert. Und das ist tatsächlich so. Das, was wir uns anschauen, formt und prägt unser Denken und früh oder später unseren Charakter. Das erleben wir ganz, ganz deutlich in Amerika mit den Jugendlichen, die dann schwer bewaffnet in eine Schule gehen und Menschenleben auslöschen und wir wundern uns darüber. Es ist uns aber nicht bewusst, dass das im Endeffekt Ergebnis ist einer jahrelangen Fernsehgewohnheit. Es gibt Statistiken, wo jeder 16-Jährige in Amerika 10.000, 12.000 Morde gesehen hat. Also das Leben eines Menschenleben, das Nehmen eines Menschenleben ist gar nichts, hat keine Bedeutung. Und da sagt Gott, ich schenke euch das Wort, das Logos. Er hat euch gemacht, Er ist der Schöpfer, er steht für euer Leben, er steht hinter euer Leben, er gibt euch die Kraft für den Alltag. Und aus dieser Kraft werdet ihr wieder meine Kinder und ich werde euren Charakter verändern. Du hast vorher sehr oft das Wort Logos verwendet, Ewald. Was heißt das jetzt eigentlich? Das ist jetzt das Faszinierende. Johannes löst dieses Wort selbst auf im Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und Blut. Es kam in diese Welt und wir sahen seine Herrlichkeit. Dieses Logos, der Schöpfer, ist niemand anderer als Jesus von Nazareth. Er wird Mensch, der Schöpfer wird Mensch, um uns die Möglichkeit zu eröffnen, wieder Kinder Gottes zu werden. Jetzt haben wir einen ziemlich großen Sprung gemacht zwischen der Schöpfung und der Menschwerdung Jesu. Er wird vermutlich auch dazwischen eine Aufgabe gehabt haben. Er hat dazwischen eine Aufgabe gehabt und hat heute noch eine Aufgabe. Es ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil wir müssten jetzt viele theologische Themen hier hereinpacken und dann würden wir wahrscheinlich keine einstündige Sendung machen, und daher muss ich mich jetzt mit Abrissen begnügen und muss den geschätzten Hörer darauf vertrösten, dass das in den nächsten Sendungen aufgelöst wird, also nicht in der nächsten, sondern in den nächsten Mehrzahl. Und der erste Aspekt, den wir uns jetzt aber doch in etwas mehr Genauigkeit anschauen wollen, das ist das, was ich die Entfaltung der Heilsgeschichte nenne. Was bedeutet das, die Heilsgeschichte? Die Bibel erzählt uns ganz am Anfang vom Fall Adam und Hefas und von der Auswerfung aus dem Paradies. Und da beginnt die Heilsgeschichte. Gott ist davon nicht überrascht, er hat einen Plan. Und dieser Plan reicht bis dorthin, wo er sagt, am Ende der Bibel, siehe, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es wird das, was uns getrennt und das hat sich in erster Linie einmal in diesem geografischen Raum in Palästina abgespielt. Und jetzt kann man fragen, naja, warum? Warum ist das so? Naja, Palästina war damals der Verkehrsknotenpunkt schlechthin. Aber Abraham, der ja der Urvater des Glaubens ist, der hat doch in Uinkaldea gewohnt. Warum ist er da herübergezogen? Ja, der Schwerpunkt ist, weil dort der Verkehrsknotenpunkt ist, wo alle Reiserouten der damals bekannten Welt durchgezogen sind. Und es ist ja auch interessant, dass die Informationen über den kommenden Erlöser bis in das Zwischenstromland und darüber hinaus gedrungen ist, denn die sogenannten drei Weisen aus dem Morgenland waren ja nichts anderes als Wissenschaftler, die aus Mesopotamien gekommen sind, um den König der Juden anzubeten, zu verehren. Also müssen diese Informationen irgendwie dorthin gekommen sein. Und das war eben dieser Zeitraum, der dazwischen gelegen hat. Abraham wurde dorthin gestellt, als Stammvater des Volkes Gottes, um hier ein geografisches Umfeld zu schaffen, in dem der Erlöser geboren werden kann. in dieser Zeit, wenn Jesus auch zugleich in Person, als Person auch der Schöpfer war, dann war er auch der Gott Israels. Er ist Mose am brennenden Turmbusch begegnet. Er hat das Volk Israel ausgeführt in der Feuer- und in der Wolkenseile. Und da gibt es im Neuen Testament auch genügend Hinweise darauf. Ich möchte darauf jetzt nicht eingehen. Es gibt aber auch dann die Hinweise, dass er die Propheten berufen hat. Er wollte sein Volk zusammenhalten, um an einem geografischen Ort ein Volk zu haben, das bereit ist, ihn anzunehmen. Wie wir aus der Geschichte wissen, ist das leider nicht passiert. Sag mal Ewald, wie hat sich dann eigentlich Israel entwickelt? Was war die Geschichte von Anfang an? Ich würde mir wünschen, ich hätte jetzt eine Flipchart und könnte das aufzeichnen. Aber ich werde es versuchen, in Worten zu kleiden. Gott hat sich immer bemüht, den Erlösungsplan seiner Familie mitzuteilen. Das waren ursprünglich die sogenannten Patriachen, bis Abraham, Isaac und Jakob. Und da war das eine Familienangelegenheit, mehr oder weniger. Die Familien sind dann natürlich sehr groß geworden. Abraham und Lot mussten sich trennen, das war einfach schon zu groß. Später dann, als Jakob beziehungsweise Israel hat diesen neuen Namen bekommen, nach Ägypten gezogen ist und dann das Volk ausgezogen ist, geht es um ein Volk. Das wird zum Berg Sinai geführt und dort schließt Gott einen Bund mit Israel. Man nennt dieses Geschehen das Auszugsgeschehen, Exodus. Es hat dann 40 Jahre gedauert, bis sie dann zum Einzug gekommen sind. gedacht, das wäre eine eigene Sendung, über dieses Thema, das wäre hoch interessant, aber das muss ich wieder vertrösten. Heute bin ich der Vertröster. Und dann hat sich die sogenannte Richterzeit eingestellt, wo sich das Volk Israel über einige Jahrhunderte von Gott geführt, durch die Persönlichkeiten der Richter organisiert hat, das Land in Besitz genommen hat oder auch nicht. Auch da gibt es traurige Seiten, wo einfach der Wille Gottes nicht hundertprozentig umgesetzt wurde. Dann wollte Israel unbedingt einen König. Und der erste König war dann Salomo, man spricht vom Vereinigten Königreich, der zweite der berühmte König David und der dritte der vielleicht noch berühmtere König Salomo. Mit seinen großartigen architektonischen Leistungen, die er vollbracht hat und auch bekannt, weil er doch eine Gutzahl von Frauen gehabt hat und die kosten Geld und da braucht man Steuern dafür, für beides Bautätigkeit und Frauen gemeinsam. Und über die Steuerfrage hat sich schon damals das Volk Gottes zerstritten und hat sich geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und das Nordreich hat sich dann mehr und mehr von Gott abgewandt, es wurde dann durch die Assyrer zerstört im Jahre 724, 22 vor Christus so in der Größenordnung wurde mit zum Teil deportiert, das war damals so üblich bei den Assyrern und man hat ein Fremdvolk hereingebracht und es ist ein Mischvolk entstanden und die kennen wir dann im Neuen Testament als die Samariter. Das Südreich ist dann geblieben, hat sich allerdings auch immer wieder gegen Gott gestellt und als Erziehungsmaßnahme hat es dann die 70-jährige Babylonische Gefangenschaft gegeben. Als sie dann zurückgekommen sind, wurde der Tempel wieder aufgebaut, aber es war auch keine wirkliche aber es war ein Hoffen auf den kommenden Messias. Und dieser Messias und da hat sich jetzt entgegen der biblischen Aussage des Alten Testaments ich würde gerne hebräische Bibel dazu sagen entgegen der Aussagen dieser hebräischen Bibel hat sich dann immer mehr der Gedanke eingeschlichen als den Sohn Davids er wird regieren wie David also wird es wieder ein Reich Gottes Israel auf Erden geben mit einem König. Du hast gerade gesagt Israel hat sich abgewandt durch welche Tat was ist da passiert eigentlich? Das ist auch wieder wenn man da genau hinschaut in die Bibel ganz faszinierende Geschichte Ich habe vorher gesagt Gott wollte immer sein Evangelium seine gute Nachricht weitergetragen wissen und im Zentrum stand der Opferdienst jetzt nicht im Sinne des Befriedens Gottes wie wir das in den nicht christlichen Religionen immer wieder finden man muss jetzt ein großes Opfer bringen damit Gott wieder befriedet ist und da Ruhe gibt weil er böse war weil ich war böse und er schlecht aufgekriegt und hat schlecht geschlafen oder bis hin zur Säuglingsopfer das ist eigentlich nicht das Konzept überhaupt nicht das Konzept des biblischen Opferdienstes sondern da ist der Gedanke im Mittelpunkt dass uns bewusst wird dass die Trennung von Gott unseren Tod hervorruft über den Begriff Sünde werden wir in einer der nächsten Sendungen noch genau zu reden haben das ist eine ganz wichtige Sache Im Volk Israel sollte dieser Begriff Sünde sichtbar gemacht werden durch den Dienst an der Stiftshütte das ist jetzt nicht so ein ungnädiger Gott den Tieren gegenüber sondern vielmehr Anschauungsunterricht für den Menschen und da müssen wir jetzt unterscheiden den jährlichen Dienst und den täglichen Dienst der tägliche Dienst war dann fällig wenn ein Israelit eine Sünde oder eine Reihe von dann hat er ein Opfertier ein Lamm genommen ist hinaufgegangen in den Tempel hat auf das Haupt des Tieres seine Hände gelegt hat seine Schuld bekannt und damit wurde die Sünde praktisch übertragen und das Leben das sein Leben das genommen werden hätte sollen wurde jetzt vom Tier gegeben und das ist eigentlich schon ein Hinweis auf Jesus Christus als Jesus dann kommt zum Johannes dem Täufer sagt das hier das ist Gottes Lamm welches der Welt Sünde trägt da ist diese Parallele das ist der tägliche Dienst der Priest ist dann mit Blut ins Heilige gegangen das wäre wieder ganz ein langes Thema der jährliche Dienst symbolisiert jetzt ein ganz anderes Geschehen denn alle diese Handlungen vom Volk Israel die jetzt auf der Stiftshütte gelandet sind mussten ja auch von der Stiftshütte wieder wegkommen und das war die Aufgabe des jährlichen Dienstes und dort der Hohepriester ein Opfer gebracht und ist damit ins Allerheiligste gegangen und da durfte er nur einmal im Jahr hinein und hat dort die Sünden des Volkes bekannt und hat seine Hände auf einen Bock mit Namen Assersel gelegt und der wurde dann in der Wüste zu Tode gebracht und damit wurden die Sünden des Volkes Israel aus dem Lager aus Wir haben uns letztes Mal über Jesus unterhalten und haben jetzt einen Sprung gemacht zum Opferdienst Was hat das miteinander eigentlich zu tun Ewald? Es ist scheinbar nicht wirklich zusammenhängend und trotzdem ein wichtiger Schlüssel denn wie ich bereits gesagt habe ist der Opferdienst die Bibel des Volkes Israel vor dem Buchdruck im Dienst an der Stiftshütte und später im Tempel kann man den ganzen Erlösungsplan ablösen lesen Schlüssel dabei ist der Messias und dieser Messias wird im Alten Testament in zwei Formen dargestellt der leidende Messias und der königliche Messias den leidenden Messias finden wir im täglichen Dienst wieder Schwerpunkt ist der Brandopfer Altar im Vorhof der Stiftshütte der königliche Messias den finden wir wieder am großen Versöhnungstag am Jom Kippur jährlichen Opfer mit dem Schwerpunkt Dienst im Allerheiligsten Jetzt da liegt auch vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit des Volkes Israel oder was davon übrig geblieben ist heute dran sie warten auf den königlichen Messias übersehen aber Aussagen zum Beispiel aus dem Propheten Jesaja und das ist eine von etwa 170 Prophezeiungen in der hebräischen Bibel wo folgendes steht ich zitiere aus Jesaja 43 die Verse 4 und 5 mit einem Rabbi diskutiert habe in England und er dann gemeint hat naja dieser leidende Gottesknecht der hier im Denken der jüdischen Theologie angesprochen wird das ist das Volk Israel und ich habe ihm dann gesagt warum regt euch dann über den Holocaust auf das ist ja hier dann prophezeit oder und dann der zweite Gedanke wie kann ein Auserwählter Gottes für die Heiden leiden das passt dann auch nicht zusammen also er ist dann auch in der Einzahl und wir ist in der Mehrzahl und da wird das schon sehr sehr deutlich er hat uns eine Beukerle sehr eingedreht und wir sind dann auseinander gegangen ich weiß nicht wie lange er noch drüber nachgedacht hat aber das ist ein Schlüssel der leidende Messias der seine Erfüllung gefunden hat in Jesus von Nazareth der königliche Messias der liegt noch vor uns und hier finden wir wieder im Johannes Evangelium eine sehr hoffnungsvolle Aussage Jesus auf dem Weg vom letzten Abend mal in den Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung sagt zu seinen Jüngern euer Herz werde nicht bestürzt ihr glaubt an Gott und glaubt auch an mich in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen wenn es nicht so wäre würde ich dann zu euch gesagt haben ich gehe hin euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite so werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen damit ihr seid wo ich bin und das ist diese Hoffnung die die ganze Welt jetzt eigentlich umspannt dieser Ausblick Jesus kommt wieder er ist wieder da er wird uns zu sich nehmen allerdings muss ich bereit sein Jesus anzunehmen und da sehen wir er war immer da er ist der Schöpfer der Anfang und er ist das Ende und in der Offenbarung wird er vorgestellt als das Alpha und das Omega und das ist auch interessant das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet Was hat jetzt eigentlich das Ganze für eine Bedeutung für uns heute das hat ja die Bedeutung nicht verloren in der Geschichte sondern es geht ja weiter Es gibt einige Fragen die für Menschen existenziell einfach notwendig sind woher wozu wohin und immer wieder passiert es am Friedhof gerade dort wo sich dann die Hoffnungslosigkeit breitschlägt letzte Grüße in immerwährender Erinnerung und was immer dann auf den Grenzen noch drauf geschrieben steht eigentlich traurig natürlich ein Mensch ist von uns gegangen Maria und Martha wird es ähnlich gegangen sein Jesus hat die Ankunft bewusst noch verzögert er ist erst am vierten Tag gekommen und er sagt dann zu diesen beiden ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt wird leben auch wenn er gestorben ist und jeder der da lebt und an mich glaubt wird nicht sterben in Ewigkeit glaubst du das Jesus war immer da der Schöpfer der Erlöser er wird uns in alle Ewigkeit begleiten ich glaube nicht dass Jesus hier zu Maria und Martha darüber spricht dass es so etwas gibt wie eine unsterbliche Seele sondern es geht darum dass unser Leben in Relation zu einem ewigen Leben einfach vernachlässigbar ist und wenn wir jetzt sterben und da verwendet Jesus im gleichen Kapitel vorher den Vergleich mit dem Schlaf dann ist das eine relativ kurze Zeitspanne die Ewigkeit beginnt mit der Auferstehung und diese Hoffnung schenkt uns Jesus und jetzt ist es wichtig dass wir in unserem Leben eine entsprechende Entscheidung treffen mit Jesus zu leben dann wird uns das geschenkt ohne Jesus zu leben dann wird es nicht gehen als Service zu unserer Sendung gibt es unter awr.at das Angebot des Monats schauen Sie vorbei wir freuen hören uns auf sehen ich nehme an das ewige Leben war bereits ein Hinweis auf die nächste Sendung können wir uns bereits auf eine sehr interessante Sendung freuen darf 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 an der Stelle von Ihnen verabschieden liebe Zuhörer danke Ewald danke fürs zuhören danke dir Matthias bis zum nächsten mal auf wiederhören